So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Es ist Montag, Max Out Monday. Eigentlich habe ich ja gedacht, vielleicht schaffen sie es, den Event-Kalender schon zu veröffentlichen, sodass wir heute euch die News gegeben hätten, was im Dezember alles auf uns zukommt. Welche Rampenlichtstunden, welcher Feldforschungsdurchbruch, welche legendären Raids, vielleicht sogar auch welche Events ungefähr so anstehen. Ich meine, es müsste ja sicherlich ein Weihnachtsevent geben oder ein Neujahrsevent. Leider ist bis jetzt noch nichts da. Mittwoch um 10 Uhr ist schon der Raid-Boss-Wechsel. Es bleibt also eigentlich nur noch heute und morgen Zeit, das anzukündigen. Mejentic lässt uns wieder alle zappeln. Alle sind am Start und warten drauf, dass was passiert, dass was richtig Fettes in die Raids kommt. Vielleicht einfach was komplett Neues. Die Spekulationen könnten nicht wilder sein. Ich fände es immer noch lustig, wenn Sekrom, Regiram als Shiny jetzt eingeführt werden. Man könnte denken, vielleicht kommt schwarzes, weißes Kiyurim. Ansonsten wüsste ich nicht, was, wie, wo. Vielleicht normales Kiyurim als Shiny. Und dann Sekrom und dann Regiram. Dann sind schon mal drei Wochen abgesichert. Zwei Wochen Kiyurim, eine Woche Sekrom, eine Woche Regiram. Ist doch der Dezember schon ausgefüllt. Das wär's doch, oder? Was habt ihr für Ideen oder was würdet ihr euch denn wünschen? Schreibt's nochmal rein. Dann möchte ich mich ganz herzlich beim Lennart bedanken. Und zwar, Lennart, pass auf. Funktioniert das so, wenn ich das so mach? Gewinnspiel. Der Lennart hat mich auf was hingewiesen. Das hab ich irgendwie total verschwitzt, ja? Wenn wir gerade ein Gewinnspiel laufen, da könnt ihr die sechs Starter gewinnen. Dreimal mit roter Mütze, dreimal mit weißer Mütze. Ihr seht jetzt hier also, weiße Mütze, weiße Mütze, weiße Mütze, rote Mütze, rote Mütze, rote Mütze. Und bei ihm hier hab ich das Falsche beschriftet gehabt. Ich hatte wirklich eins mit Kürbismütze, also mit diesem Halloween-Hut, mit dieser Kürbiskappe. Das hab ich natürlich jetzt ausgetauscht. Also, keine Sorge. Derjenige, der dann das kriegt, kriegt nicht plötzlich einen Kürbiskopf, ja? Ich hab ein rotes Dart zum Vergeben. Das ist kein Problem. Ich hab nur irgendwie das Falsche im Video eingeblendet gehabt. Also, dank an Lennart, dass der so aufmerksam war, ne? Hey, Lennart, ich unterschätze dich immer noch. Und da wir passend das Thema haben, natürlich. Wir haben jetzt letztens ein Video gemacht, da haben wir alle Wasserstarter auf Level 50 gezogen. Also, wenn wir Wasser eingeben, sehen wir dann, dass alle Wasserstarter schon nach 50 gezogen sind. Gerade, wenn ihr hier auch die WP eingebt. Naja. Sieht man immer noch, dass Sumpex irgendwo halt der heftigste ist. Und dann hier habt ihr Impoleon dabei. Ihr habt hier einen Empagado. So, ihr habt ja das Atmurei. Äh. Joa. Guck mal, Milotic ist auch am Start. Das ist gar kein Wasserstarter. Dann haben wir beim letzten Mal das, glaube ich, gemacht. Als das Ed Sheeran Event kam. Und der ja Wasser-Pokémon feiert. Dass wir gesagt haben, wir nehmen uns Pflanzen, weil wir ja Wasser schon gemacht haben. Wir pushen die Pflanzenstarter alle auf Level 50. Jetzt seht ihr hier auch, dass der heftigste eben Schelderer ist, ja. Dann habt ihr hier trotzdem noch ein... Hm. Ja, ist denn der Typ jetzt wieder... Genau. Dann habt ihr hier noch dieser Floor. Und total abgeschlagen kommt dann hier unten irgendwo ein Megani. Oh mein Gott. Megani und Sepi Royale. Äh. Also die... Ja, die sind jetzt nicht so krass. Brigaron habe ich noch nicht gemaxed. Wie gesagt, da warten wir natürlich auf die Seaday-Attacken. Und wenn wir schon Wasser und Pflanze hatten, dann müssten wir natürlich... Was fehlt noch? Genau. Es fehlt noch Feuer. Da gehen wir jetzt aber nach Pokédex sortiert. Wenn ich schon gewusst hätte, was am Mittwoch für einen Raid-Boss kommt, dann hätte ich sozusagen eine Conda-Edition gemacht. Habe ich ja letzte Zeit auch so, dass wir die Pokémon, die als Conda in Frage kommen, gegen den Raid-Boss nehmen und maxen. Oder, wenn ich mit allen Starten durch wäre, hätte ich ja trotzdem immer noch die Idee gehabt, mal alle mysteriösen Pokémon zu maxen, aber halt auf Level 40, nicht auf 50. Du kommst ja so gut wie gar nicht an XL-Bonbons ran, aber ich habe jetzt schon wieder 2000 XL... Äh, ich habe 2000 Sonderbonbons schon wieder. Ich weiß wieder nicht, wohin damit. Auf lange Sicht wahrscheinlich immer wieder in den Mysteriösen reingestopft, dass die irgendwann mal auf Level 50 gepusht werden. Jetzt zum Abschluss, dass wir Wasser, Pflanze, Feuer durch haben, machen wir das mit Feuer. Vielleicht können wir nächste Woche das mit den Mysteriösen machen und vielleicht können wir dann eine Conda-Edition irgendwo noch dazwischen schieben. Je nachdem, ist vielleicht trotzdem auch ganz nützlich. So, wir haben hier jetzt zuerst Feuer. Was haben wir natürlich bei Feuer? Wir haben Glurak. Glurak muss ich an sich nichts pushen. Glurak habe ich damals eins erlöst. Das war relativ zum Anfang. Das ist das, was ich auch immer zur Mega-Entwicklung mache. Das ist auch Best Buddy. Das ist schon auf Level 50. Ihr seht hier Level 50. Mega und 100%. Ne? Best Buddy muss man ja jetzt eigentlich nicht... Könnte man auch noch als Tag hinzufügen. Also ein 100%iges, erlöstes, was mir gute Dienste leistet. Finde ich auf jeden Fall immer sehr schön mit 3.266. Ansonsten dürfte ich aber, glaube ich, kein anderes gemaxed haben, sodass wir es jetzt maxen können. Wir haben als nächstes nämlich... Nämlich... Tornupto. Ja? Tornupto habe ich hier. Ein Hunderter. Verstehe irgendwie... Ja, müsste ich dann auch wahrscheinlich noch. Mit Lohe-Kanonade. Also hat auch die Seeday-Attacke. Das wollen wir jetzt auch mal hochpushen. Kommt auf 3.266. Und dem geben wir natürlich auch noch eine zweite Attacke drauf. So, hin und her. Ist ein perfektes. Ist auf 50. Mehr geht nicht. Hat jetzt hier Dunkelklaue, Lohe-Kanonade und Feuersturm. Wie findet ihr Tornupto? Sieht immer noch aus wie ein Meerschwein hier. Genau. Also ich finde Glurak immer noch als den Heftigsten. Hätte ich jetzt bei Glurak eigentlich zwei Attacken drauf. Jetzt muss ich nochmal hochgucken. Muss alles perfekt sein. Glurak hat... Nö. Dem können wir auch noch eine neue Attacke geben. Komm. Damit das auch abgeschlossen ist, kriegt er auch noch eine Attacke drauf. Hat jetzt hier Drachenklaue noch. Passt. Nehmen wir mal so mit. Wir könnten zwar mit einer Top-Sofort-TM. Top-Sofort. Ja. Noch einen Quick-Legacy-Move drauf packen. Weiß ich aber nicht, ob das... Ihr seid gefragt. Ihr sagt immer... Sagt mir die besten Movesets, die ihr nehmt, die ihr spielt. Ansonsten packe ich einfach nur alles auf Level 50 und der Rest ist mir egal. Das Gute ist, ich lese dann immer, was ihr für Vorschläge habt, welche Movesets die besten sind. Bin aber zu faul, dann in das Spiel reinzugehen und die Attacken dann auch zu ändern. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ihr mich seht, dass ich mit dem Pokémon kämpfe, hat das wahrscheinlich immer noch die falschen Attacken. Und alle sagen, hä, wieso hat denn dein Raupi-Spukball? Der braucht Fadenschuss. Und dann denke ich, ja, das habe ich noch nicht umgeändert. Genau. Dann haben wir als nächstes hier ein Logok. Wuhu. Ja, okay, Logok ist schon noch 50, wie man sieht. 100 Prozent Logok. Level 50. Kann aber noch eine neue Attacke. Machen wir noch drauf. Ist ja eigentlich ganz interessant, ne? Mit Feuerkampf. Wir haben das bei Panferno jetzt gehabt, beim Thomas, sehe ich das immer, dass der mit seinem Affen kämpft. Jetzt haben wir hier den, also, ich glaube, der Feuerstater, ne? Ab jetzt, blödes Scheller. Feuerwirbel, Lohe, Kanonade, Fokusstoß. Lassen wir jetzt einfach mal so drauf. Da können wir jetzt nichts weiter maxen. Gehen natürlich weiter zum Panflam. Da ist er ja. Dieser blöde Affe. Hier mit Mütze, mit Hut, mit allem drum und dran. Haben hier Panferno auf 2491. Das ist auch ein Hunderter. Den pushen wir auch auf über 3000, nämlich auf 3033. Feuerwirbel, Lohe, Kanonade hat auch den Kampftüber zweites. Wir machen hier auch eine zweite Ladeattacke drauf. Solarstrahl. Hey, das ist ja komplett überraschend. Panferno, Feuer. Dann holt einer sein Wasser-Pokémon, will dich ablöschen und du ballerst ihn mit Solarstrahl einfach auf die Mütze. Werde ich niemals in der GBL spielen. Ist also eigentlich komplett egal. Und in Raids, als ob ich da mit einem Feuer-Pokémon gegen einen Kyoko kämpfe die ganze Zeit, bis ich Solarstrahl einsetze, bin ich doch eh tot. Hm. Ramses, Ramses. Egal. Dann haben wir weiter hier. Ich habe jetzt ein paar XL gesammelt da. 105 für meinen Heatran. Yeah. Mein Gott. Ist aber kein Starter, deswegen müssen wir den jetzt weglassen. Mittlerweile habe ich, wie gesagt, nichts dagegen, wenn Heatran nochmal zurückkommt, dass ich die Hunderter noch pushen kann. Äh, Floink. Genau, Floink. Aber Flambyrex hatte erst den C-Day. Das heißt, unser Flambyrex ist leider auch schon auf Level 50. Mit 100%. Das haben wir nämlich in der C-Day-Folge dann immer gemacht. Sollte ich mir vielleicht abgewöhnen, dass ich für solche themenbasierenden Sendungen dann immer das übrig habe. Könnte jetzt hier aber trotzdem noch eine neue Ladeattacke draufpacken, dass der auch da was hat. Das ist auch wieder vom Typ Kampf, ja. Hat jetzt hier Glut, lohe Kanonade und Hitzewelle. Wir möchten aber nicht zehnmal Nitro-Ladung. Hey, Bruder, ich schwöre mal. Fokus-Stoß. So ist es doch perfekt. So hat er wenigstens was Verschiedenes. 3.372. Ist das jetzt der Beste? Ist das jetzt der Höchste? Kann ja trotzdem keine Mega-Entwicklung. Also ist Mega-Glurak meiner Meinung nach immer noch einfach heftig deboss. So, was haben wir sonst noch da? Lichtl, genau. Bester Starter von allen. Fünx, Routena, Phinexis. Das sind dann alle. Aber hier werden wir es auch wieder machen wie bei dem Rest. Wir werden das jetzt nicht maxen, weil im Endeffekt, wenn ich das maxe, schmeiße ich es irgendwann weg, weil es keine CD-Attacke hat und muss ein anderes noch entwickeln mit CD-Attacke dann. Ich könnte zwar auch mit einer Top-Lade-TM die Attacke umändern, aber da bin ich immer sehr geizig und deswegen entwickle und pushe ich dann lieber ein anderes. Wir können aber mal ganz kurz gucken, wie hoch der käme. Und ich glaube, das ist der Höchste und Beste. Der kommt nämlich auf 3.459. Bonbons sind da. 3.459, wenn wir das nochmal abgleichen mit den anderen, 3.400 hat auf jeden Fall mehr als Flambirex, hat mehr als Glurak, hat mehr als Tornupto, hat mehr als der Rest. Aber ihr seht, dass die hier schön geordnet sind. Die sind im Prinzip alle, wären so in einem 6er-Pack fast vertreten. Finde ich gut, weil bei den anderen, da war die Spanne zwischen den Einzelnen so groß, manche waren ganz da oben angesiedelt, manche kommen ganz da unten. Die Feuerstarter liegen trotzdem relativ nah beieinander, ja. Das ist hier so ein schönes 6-Pack einfach. Und du siehst nochmal hier, da ist Kampf mit drin, da ist Kampf mit drin, da ist Kampf mit drin. Das ist einfach nur Feuer, das ist Feuerflug, aber wer nutzt wirklich einen Glurak als Flugangreifer? Wäre dann ja eher Drache noch, wenn es dann die Mega-Entwicklung hat. Naja, egal. Irgendwas habe ich gerade nicht auf dem Schirm, egal. Wir werden das jetzt hier beenden. Also, das, was noch aussteht, das, was noch sein C-Day bekommt, das, was auch noch als Shiny eingeführt werden muss, ist auf jeden Fall das Größte, das Stärkste, das Heftigste. Ich habe immer noch keinen Plan, was im Dezember auf uns zukommt. Ich bin total gespannt. Es ist immer jeden Monat, Ende des Monats sitzt man da und freut sich mega. Ich würde es natürlich wirklich feiern, wenn was komplett Neues kommt und alle Leute Bock drauf haben und wir bei Raids für Zuschauer auch endlich mal wieder was zu tun haben. Denn in letzter Zeit ist da wirklich so wenig los. Das, was fehlt, das ist zwar schön, am Sonntag dann da zu sitzen und ein bisschen Sonntag Smalltalk zu halten, aber wenn weniger Leute da sind, gibt es weniger Themen. Es ist nicht so umfangreich. Es ist besser, wenn mehr Leute da sind und man einfach gemeinsam dann den Sonntag so eine kleine Runde hat, wo man da sitzt, wo man labert, wo man chillt, wo man nebenbei auch ein bisschen raidet, wo man noch unterstützt und hilft und macht. Und hat mir ein bisschen gefehlt in letzter Zeit, dieses Feeling, ja. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses und schreibt mal rein, was euer Lieblingsfeuer-Starter ist, beziehungsweise vielleicht gibt es ja Unterschiede zwischen der Anfangsform und der Endentwicklung. Schreibt es mal rein. Wir sehen uns heute Abend in der Raidmania, denn heute ist die letzte Raidmania für diesen Monat. Oh mein Gott, nochmal mit Herakium, Viridium und Cobalium. Ich werde alle drei annehmen und diesmal einfach einen kurzen Prozess. Es ist spannend. Heiko und Julchen sind beide mit den meisten Punkten gerade auf Platz 1. Kommt noch einer, stößt die beiden vom Thron, wird einer den anderen überholen und heute Abend 20 Uhr auch noch chill mit Ramses. Und während chill mit Ramses werden wahrscheinlich wieder die Infos rausgehauen, was es im Dezember alles gibt. Und damit entfällt das morgige Gewinnspiel, weil alles irgendwie immer durcheinander ist. Aber werde ich auch noch nachholen. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.